Moin und Willkommen zu Sonnensüchtig. Wir wollen einmal ein kleines Update machen, denn viele von euch wollten wissen was genau das hier ist. Wir werden es jetzt öffnen und los geht's. Wir haben mal alles hochprofessionell vorbereitet, feuerfesten Untergrund, tragen selbstverständlich Schnitt und feuerfeste Handschuhe und nun werden wir das Geheimnis öffnen. Ich drehe mal ganz vorsichtig an der Seite, aber es klemmt irgendwie. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen doller dran ziehen. Jetzt geben wir doch auf, du so dreckige Scheiß, die kommen da jetzt raus und jetzt kommt... Wie ihr alle sehen könnt, bin ich noch am Leben und schütze mir draußen den Arsch ab und dieses kleine Ding ist wirklich ein Feuerzeug und zwar ein Streichholz, das leider gebrochen ist. Hier war wohl Benzin drin, dann wurde das getränkt und dann wurde das wahrscheinlich über diese Seite abgezogen und ja. Ich habe es nur oft gemacht, weil ich halt von ganz, ganz vielen Seiten bestätigt bekommen habe, was das genau ist und nicht, dass jetzt denke ich, drehe ich über welche Dinge auf, es hätte halt auch was Gefährliches sein können und nein, es ist keine Kinderpedale. Wäre natürlich auch witzig, aber das ist es leider nicht. Ich habe euch das kurz Update gefallene und wir sehen uns beim größeren Video, wenn das Wetter mal wieder etwas kühler ist und ich nicht gerade Nachtschicht habe. Also, habt eine schöne Woche, habt Freude, habt Spaß, ne Adi und im Sinne, gut Pfund.